Eins, zwei, drei. Albeer kommt herbei. Hallo und herzlich willkommen zur Albeer Show. Um was geht es denn heute? Heute geht es ums Licht. Aha, und was soll ich denn hier heute machen? Die drei Lichter bewältigen. Erstes Licht an. Nicht besonders hell. Zweites Licht an. Etwas blau, aber okay. Drittes Licht an. Oh, jetzt habe ich aber ein schönes Licht. In so einem Licht möchte ich immer moderieren. Mhm, das ist genau das perfekte Licht. Hm, ist das Licht oder das da oben? Oder ist das da oben? Am besten, hm, schwere Entscheidung, schwere Entscheidung. Ah, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Es sind alle die besten Lichter. Und dann, tschüss. Und das war's mit der Albeer Show.